So, hey Leute, ist das hier euer Hotel oder seid ihr Gäste? Ich brauche ein Zimmer, bitte. Hey, verstehen Sie meine Sprache? Was? Also, der... Ey, meine Güte, ich wollte nur wissen, ob Sie hier ein Zimmer vermieten. Sind Sie... Hören... Die haben Waffen! Fuck! Seid nur los hier! Hören Sie auf mit dem Quatsch! Ach, der ist wieder angeschossen. Ist das... Nein, was? Warum? Ja, der letzte Stream ist auf jeden Fall zu Ende. Alles klar, das war's dann für heute. Ey! Ah, Mann, ist ja gut, ihr Zimmer. Oh Gott. Ja, also, ähm... Dann wünsche ich allen... Dann wünsche ich allen eine schöne Nacht. Und wir sehen's dann am Freitag wieder mit Bob. Bob Pop, seiner Mutter. Und den Ermittlungen zum, äh... Zum Anschlag auf seine Mutter. Die hat ja zum Glück überlebt. Und Kenny hat grad fünf Leute, die auf ihn schießen hier. Ich seh fünf Kreise. Fünf Agro-Kreise auf der Mini-Me. Ja. Also, der Freitag wird lustig. Das RP ist jetzt zu Ende. Mann, äh, schöner Stream. Alle? Das sah aus auf der...